Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich habe etwas mit euch zu besprechen bzw. kommt heute ein Statement zu meinem Video, was ich gestern rausgebracht habe. Ich finde, Fehler sind okay. Jeder Mensch macht Fehler, man sollte aber aus seinen Fehlern lernen und wenn man Fehler macht, sollte man zu diesen Fehlern stehen. Und mittlerweile, ich habe mir alles ganz genau angeguckt und ich muss sagen, dass mein Verhalten nicht okay war und vor allem, dass dieses Video nicht okay war. Ich hätte mich besser über die ganze Situation informieren sollen. Ich habe ziemlich viel Bullshit geredet und ich kann da eure Reaktionen absolut nachvollziehen. Vor allem die Leute, die mir sachliche Kritik geschrieben haben, die kann ich absolut nachvollziehen. Ich möchte aber auch heute ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Für die, die es jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, für ein paar Abonnenten von meinem Kanal, die es noch nicht mitbekommen haben, was gestern passiert ist, ich habe ein Video tatsächlich hochgeladen, was den Namen hat, Toni Leister verprügelt, gegnerischen Fan mit diesem Emoji. Dazu muss man sagen, der Titel ist schon Clickbait, kann man so sagen. Also natürlich, Toni Leister greift den Fan oder attackiert den Fan, irgendwie schubst ihn. Verprügelt hat er ihn natürlich lange noch nicht. Und natürlich habe ich mich jetzt auch noch weiter informiert dazu und weiß jetzt tatsächlich alle Hintergründe dazu. Und mittlerweile, ja, habe ich mir meine eigene Meinung dazu gebildet. Ich kann Toni Leister deutlich besser verstehen, weil ich denke, menschlich gesehen kann ich es zu 100% nachvollziehen, wenn mich jemand mit Bierbechern abwerfen würde, meine Frau beleidigen würde, mich beleidigen würde und mich ständig provozieren würde, dann wäre meine Reaktion genauso. Und es ist auch erstmal eine ehrenvolle Aktion, dass er das Ganze macht. Und das zeigt auch die Menschlichkeit in ihm. Also menschlich gesehen ist das eine richtig geile Aktion von ihm, würde ich sogar sagen. Und ich kann ihn zu 100% verstehen. Trotzdem, ein Fußballer darf das, und bei dieser Meinung werde ich auch bleiben, ein Fußballer muss sich besser im Griff haben, egal was jemandem gesagt wird. Aber es ist jetzt nun mal passiert und ich kann ihn nachvollziehen, warum das passiert ist. Ich meine, er ist auch nur ein Mensch und genauso wie ich Fehler mache, macht er eben auch Fehler. Nur dass die Fehler, die er macht, eben weil er ein Profifußballer ist, viel mehr in den Fokus rücken und weil er für solche Fehler viel mehr bestraft wird. Was nicht unbedingt richtig ist. Ich fände es gut, wenn er eine milde Strafe dafür bekommt, wenn man den Hintergrund mit einbezieht und so weiter. Ich habe mir auch sein Statement, also das Statement von Tony Leisner auf Instagram angeguckt und der scheint ein ganz vernünftiger Kerl zu sein. Ein sympathischer Junge. Wie gesagt, ich hoffe, dass er da nochmal ganz gut wegkommt und dass sich das alles gut regelt. Weil man hat gemerkt, dass er diese Entschuldigung, die er da geschrieben hat, beziehungsweise sein Statement ziemlich ernst meint, er hat es gut durchdacht. Ich denke mal sogar, dass er es selber geschrieben hat. Bin mir da aber nicht sicher. Wie gesagt, ich wünsche dem Kerl nur das Beste und sollte er hier vielleicht irgendwie das Video sehen, was ich nicht glaube, entschuldige ich mich auch nochmal bei ihm, weil das ganze Video ja quasi über ihn ging. So, dann hätten wir das mal geklärt. Jetzt geht es um eure Kommentare. Da haben wir nämlich einige, einige Kommentare. Ja, und auf die werden wir jetzt einfach mal eingehen. Für alle. Von Tony Leisner, die Frau ist schwanger und der Fan hat zum Ton, deine Frau sollte man das Kind aus dem Bauch treten. Hier sehen wir zum Beispiel einen richtigen Hate-Kommentar. Der Titel dieses Videos ist übelstes Clickbait. Also schon meinen maximalen Disrespekt dafür. Wer sich dazu passenden Bilder, die Entstehung und auch die Hintergrundinfos angesehen hat, ich lese mir das Ganze durch und antworte dann einfach immer da drauf. So, okay, ähm, ich muss sagen, dieser Kommentar kriegt von mir ein Herz, denn das, was er schreibt, stimmt absolut. Ich kann ihm dazu stimmen. Er hat seine Meinung rechtssachlich ohne größere, eigentlich ohne Beleidigung formuliert. Kriegt ein Herz von mir. Ähm, ich denke, das kann man so nachvollziehen. So ein dummes Gequatsche von dir. Kein Wunder, dass du so wenig Abonnenten hast. Hör auf mit dem Corona und deine scheiß Clickbait-Rotze kannst du dir auch spüren. Lösch dich einfach. Scheiß Gelaber von weiteren Gutmenschen. Bitte löschen. Das finde ich wiederum wieder übertrieben. Ähm, ich denke, das sind Leute, die meinen Kanal nicht mehr wirklich verfolgen. Die haben jetzt einfach ein paar Sekunden von diesem Kanal gesehen und schreiben dann direkt, dass ich mich löschen soll. Ja. Ähm. Ähm, braucht man nichts zu sagen. Erstmal nachdenken, dann reden, schreiben. Der Dümmste an der ganzen hier ist der Titel und deine lächerliche Meinung. Das leistet er jetzt eine lange Sperre. Das ist nicht meine Meinung. Ähm, ich denke, das verstehen die Leute falsch. Es ist nicht meine Meinung, dass er eine lange Sperre, oder es ist nicht meine Ansicht, dass er dafür eine lange Sperre bekommen sollte. Jetzt vor allem, wo ich die Hintergründe höre. Hintergründe höre. Aber ich denke, dass er eine lange Sperre vom DFB bekommen wird. Ähm. Weil es halt jetzt auch mit dem Corona so ist, dass man direkt generell Abstand halten muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass er eine lange Sperre dafür bekommt. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich der DFB wäre, oder wenn ich dafür verantwortlich wäre, sagen wir mal so, die Strafe zum Urteilen, sagen wir jetzt mal, dann würde ich ihm keine lange Strafe geben. Ich würde ihm sogar, ich würde ihm eigentlich sogar menschlich gesehen keine Strafe dafür geben, weil es halt einfach so verständlich ist, was er gemacht hat. Aber wir werden sehen, ähm, wo wird da jemand verprügelt? Ja, als Profisportler darf sowas im Grunde nicht passieren, aber Toni ist auch nur ein Mensch. Der Kommentar kriegt auch ein Herz von mir. Er hat mir ebenfalls sachlich seine Meinung geäußert, ebenfalls hat er auch mit diesem Kommentar recht. Und deswegen, ja, kriegt das ein Herz von mir. Und mit solcher Kritik kann ich dann auch tatsächlich arbeiten. Wenn dann einfach wer schreibt, du kleiner Spaß, lösch einfach deinen Kanal, dann bringt mir das natürlich nichts. Also, mit so einer Kritik kann ich eher was umgehen. Ach, halt doch einfach, die Schnauze kickt Germany. Dem ersten Namen wirst du auf jeden Fall gerecht. Bist ja noch schlimmer als die Bild. Hat er genau richtig so gemacht, denn jetzt ermittelt sogar Dynamo gegen den Fan, was sonst nie passiert wäre. Okay. Kann, ich kann den Kommentar schon nachvollziehen, dass es wahrscheinlich wieder ein, oder es ist ein... Kerl, der meinen Kanal, oder es ist ein YouTuber, der meinen Kanal, beziehungsweise die Person hinter diesem Kommentar guckt mich wahrscheinlich, oder hat meinen Kanal wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal gesehen und da habe ich natürlich einen schlechten Eindruck auf ihn gemacht. Ist verständlich. Trotzdem ist dieser Kommentar etwas unnötig, aber na gut, kann man mit Leben übertreiben. Übertrieben wird ja überhaupt nicht verprügelt, warum soll der Spieler eine Sperre bekommen? Der Spieler soll sich mal normal verhalten, der Fan darf beleidigen, gleich wie krank es ist. Ja, so ist das nun mal. Das ist sehr unfair, denn als Spieler darfst du dir halt nicht viel erlauben. Und die Menschlichkeit hinter den Fußballspielern wird halt, ja, nicht wirklich wahrgenommen vom DFB. Und der DFB sollte den Fan sperren, der miese Fan. Also, das, was der Fan gemacht hat, war wirklich deutlich schlimmer. Na gut, verprügelt, Komma, runtergeschubst und mehr war das nicht, auch absolut recht. Verprügelt, ja, das ist auch absolut die Wahrheit. Wo hat er ihn verprügelt? Okay, das waren noch erstmal die Kommentare. Wie gesagt, von meiner Seite eine Entschuldigung an Toni Leistner, eine Entschuldigung an alle, die das Video gesehen haben. Es tut mir leid. Und ich habe einen Fehler gemacht. Dazu stehe ich offen und ehrlich. Und ich hoffe, dass auch die Leute, die mich jetzt vielleicht in einem schlechten Licht sehen, mir nochmal eine Chance geben. Ihr müsst nicht meine Videos gucken, ihr müsst kein treuer Abonnent werden. Wenn es so ist, dann freue ich mich natürlich sehr. Aber, ja, wäre gut, wenn ihr euch dann zumindest dieses Statement anguckt. Und wenn ihr überhaupt die Zeit und Lust, Laune dazu habt, dann könnt ihr euch mein Statement angucken. Und ich bin auch eben nur ein Mensch. Und ich mache auch Fehler. Und ich mache viele Fehler. Trotzdem hoffe ich, dass sie mir das verzeiht. Vor allem meine treue Community, die das Video gesehen hat und sich jetzt denkt, what the fuck, was labert er da? Aber, ja, wie gesagt, danke auch an alle, die sachliche Kommentare geschrieben haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder in einer etwas positiveren Stimmung. Denn, ja, dieses Video lag mir sehr auf dem Herzen und ich bin froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Ciao. Ciao. Das war's.